Man muss bei 0,5, 0,6 tolerant sein und wenn man mehr hat, gehörst du nicht auf die Schlitzschuhe. Man muss wahrscheinlich ein bisschen mehr Taugen aufhören als andere. Sicher, dass wir unserem Motto mit Gampelische Party treu bleiben. Da braucht es immer wieder Inhalte. Und ich denke, das arbeitet man auch gut. Wir haben vom Barwesen bis zu gewissen Themen immer wieder Inhalte, die ausserordentlich sind. Ein bisschen quer reingestellt ins Gelände. Und ich passe zum Teil am Anfang nicht jedem und typiert ihn manchmal. Und meistens, wenn man dann in Wallis am Festival im Talboden angekommen ist, findet man alles cool, was da mir neu lanciert. Ich bin Zürcher oder Basler, die generell eher ins Bünderland gehen können, sodass man manchmal auch gewisse Tiefen wirkt. Und es findet ja auch das Get-to-Geder statt im Open Air. Die Wallis, die sich gerne präsentieren, sich zeigen. Wo haben wir mitreden? Ich bin dann auch gewesen. Aber auch in der Innerschweiz. Wir haben ganze Invasionen von gewissen Gebieten, wo 200-300 Jugendliche von Altorf hier runterkommen. Und dann müssen wir wahnsinnig Sorge tragen. Und auch für die immer mitdenken. Wenn wir selber etwas durchboxen wollen und mit niemandem darüber reden wollen, dann stossen das alle Ehren gewissen vor den Kopf. Und ich glaube, auch die letzten 15 Jahre hat das eine kleine Entwicklung gemacht. Ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal die 50'000 Grenzen überschritten haben, ist es so im Wallis. Es ist aufgekommen, dass die Walliser sich so nicht mehr gefunden haben und so. Und es hat einfach zwei, drei Jahre Prozess gebraucht, bis man wieder auf den Punkt kam. Man hat es akzeptiert, es kommen viele Innerschweizer, und es ist halt auch aufgekommen. Und jetzt du persönlich, wobei du hast vielleicht nicht viel Zeit für das, hast du dir irgendein Lieblingsvor hier auf dem Land? Ich habe gerade mehrere Herzen geschlossen. Ich denke so im Servicebereich, zum Beispiel ein Festival-Waschsalon, wo du deine Kleider abgeben kannst, waschen, kommst du ein Shirt über und sagst, ich bin ein Festival-Ersatz-Shirt. Oder ein Beauty-Salon für Girls. Oder vielleicht etwas ganz Verrücktes, man kann Gampel-Churchill, man kann heiraten auf dem Gelände. Ja, solche Themen sind sicher, wenn man sagt, es kommt etwas, wo alle Spass haben. Es können ja zwei Männer heiraten. Sie sind dann nachher wieder, ja, es kommt eine Bestätigung darüber, dass sie sich da offiziell getraut haben. Das sind so etwas Cross-the-Line-Themen.